Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und seit Ewigkeiten mal wieder zum Taktik-Video und die Taktik ist exakt für alle, die keine E-Sportler sind, die keine möchtigen E-Sportler sind, die was nicht aufzwang, die 4-3-2-1 die ganze Zeit zocken wollen, die was mit dem System vielleicht auch nicht so gut klarkommen, wie es auch auf mich zutrifft. Und ja, es war ja ein neuer Patch, den habe ich abgewartet, ich wollte das wieder schon gestern bringen, der Patch hat für mich aber so gut wie gar nichts verändert, deswegen Taktik 1-1 gleich geblieben und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, über einen Like, Aber, Comment, da würde ich mich riesig freuen und ich will ja gar nicht so viel herumlabern, ich habe schon gesagt, keine E-Sportler-Taktik, dies, das, ananas, nix. Es ist eine Taktik für Crash Royals, es macht Spaß zum Spielen, man kann damit gut spielen, man kann damit viele Wins in der Weekend League holen, man kann damit viele Wins in Division Rivals holen, man kann da in Division aufsteigen, also mir hat die Formation, die Taktik sehr, sehr viel weitergeholfen und es geht um die 4-4-2, es ist die 4-4-2. Es ist eine statische Formation, da ist nichts, was sich irgendwie ändert, wie bei der 4-3-2-1 oder bei der eigenen Raute, die, was jetzt angeblich auch ziemlich gut ist, nein, die Spieler sind immer auf der gleichen Position. Wenn ich wohin spiele, der Spieler ist zu 99%, ist er dort, wo ich es gewohnt bin, es gibt keine Spieler, die irgendwie so im Halbfeld sind, wenn es gerade in eine Viererkette geht oder sich wieder zur Grundformation bildet und deswegen, ja, schauen wir rein. Als erstes Mal zum Team, man sieht ja hier mein Team, wir sind kurz vorm Doty, startet ja am Freitag am 19., ich nehme das Ganze am 18. auf, also das Team wird sich in nächster Zeit bei mir noch krass ändern, da habe ich ja schon fast 500 Packs jetzt aufgespart und ich glaube ein paar Picks auch noch von der WikiLeague, ja, das ist ein Team nicht so interessant jetzt, aber gehen wir rein in die Taktiken, ja, kurz verdrückt, hier, individuelle Taktiken, man sieht es hier, 4-4-2, also die Taktik, ich spiele die Taktik, die spiele ich gar nicht, habe ich die vorige WikiLeague überhaupt mal reingedacht zum Punkern? Ich glaube nicht, die spiele ich eigentlich gar nicht mehr, den Spot hebe ich mir jetzt auch für Experimente, um die 4-2-4 ist klar die offensive Brecher-Taktik, wenn auch ein Tor fallen muss, aber es geht um die 4-4-2 und man sieht ja, es ist standardmäßig, es ist nichts Besonderes, Defensivstil ausgeglichen und es ist auch das Vernünftigste, wenn man ausgeglichen nimmt, zurückfallen lassen, man bekommt keinen Zugriff, ständiger Druck ist auch nicht mehr so gut und die Ausdauer geht runter, pressen nach Ballverlust, reißt auch extreme Lücken auf und das gleiche Geld für Druck nach Fehlern, also bei ausgeglichen hat man selbst die Kontrolle, deswegen das reintun, bei Breite 41 ein bisschen enger stehen, dass man die Mitte schön zubekommt, auch wenn der Gegner über den Flügel kommt, man kann den Flügel sehr gut verteidigen, weil man eben kompakt steht und der ganze Block verschiebt ihn immer in die Richtung, wo der Ball ist, wenn jetzt der Seitenwechsel kommt, verschiebt der enge Block wieder weiter rüber, viel enger würde ich nicht gehen, ein bisschen breiter kann man auch noch machen, aber ich würde in der 4-4-2, ich würde sagen, 30-35 ist die unterste Grenze und nach oben würde ich nicht höher als 55 gehen, aber mir gefällt 41 am besten, Tiefe 51, da bin ich eins raufgegangen, ich habe keine Ahnung warum, ich habe herumprobiert, mal tiefer, mal höher, 51 hat für mich einfach am besten funktioniert, Aufbauspiel haben wir hier auch ausgeglichen, also der langer Ball ist auch gut, langer Ball ist auch gut, ausgeglichen oder langer Ball würde ich spielen zur Zeit, gefällt mir ausgeglichen, aber besser, schneller Aufbau liegt mir gar nicht, ich habe immer ein bisschen mehr Ballbesitz aus der Gegner, deswegen schneller Aufbau laufen mir die Spieler davon, mag ich absolut nicht, langsamer Aufbau, komplett das Gegenteil, man kommt nicht in die Offensive, man kommt viel viel schwieriger in die Offensive und deswegen ausgeglichen für mich der Way2Go mit langer Ball, hin und wieder switche ich auch auf langer Ball, denn dann kann man ein bisschen schneller aufbauen, aber es laufen auch nicht alle davon so über schneller Aufbau, das ist gerade so ein Mittelmaß zwischen ausgeglichen und schneller Aufbau, aber nicht Mittelmaß wie die Extreme, sondern dass man auch noch gemütlich spielen kann, Chancenarbeitung, direkte Pässe, da gehen wir wieder zurück, Chancenarbeitung, direkte Pässe, spielt jeder, es hat einen Grund, es ist das Beste, es ist einfach das Beste, braucht man nicht viel rumlauern, Breite 55, da gehen wir ein bisschen über die Hälfte, über die 50, hier sind wir unterhalb die 50 und ja, wir stehen offensiv ein bisschen breiter, man wird es bei den Anweisungen nachher sehen und ich sage es auch, wie sich die Spieler bewegen werden, bei 55 gefällt mir am besten, zwischen 55 und 60 finde ich am besten, 50, also unter 55, ist es schon, da kann ich nicht so in die Breite gehen und wenn man über 60 geht, ist es schon wieder zu breit, finde ich, hier spiele ich im Strafraum 6, eins höher als Standard, also da gehen, wie sieht man, drei Spieler rein und das war es beim 4-4-2 genau, wenn man über die Seite kommt, gehen Stürmer und Flügelspieler mit rein, die Achter bleiben ein bisschen dahinter und wenn man über die Mitte kommt, ändert sich das auch nicht, dann gehen auch meistens die zwei Stürmer rein und ein Flügelspieler eben noch, Ecken 2-1, das Ecken, ich spiele alles kurz ab, da habe ich absolut keinen Plan und das gleiche bei Freistößen, Aufstellung ist jetzt eh nicht so interessant, man braucht halt zwei gute Allrounder im Mittelfeld, man kann es auch abwechseln mit einem großen Brecher, der den Gegner fertig machen soll und einen kleinen, der was wenig ist, was mehr den Aufbau macht, ich habe so ein bisschen in beiden Spielen und ja, Flügelspieler, wissen wir alle was ist, Verteidiger auch, Stürmer, Stürmer, Flügelspieler, Base, was soll ich sagen, Base würde, war ich schon immer und ja, dann auf den Ausweichungen, ja, auf den Anweisungen fangen wir an beim Torhüter, da habe ich nur Flankenfänger, kein Torhüter, Lieberer, nur Flankenfänger, wenn die Flanken kommen, soll er rausgehen, Torhüter, Lieberer, kann man auch noch reinnehmen, finde ich jetzt aber nicht so gut, dann bei den IVs, die haben gar nichts, da hatte ich mal energisches Abfangen oder so irgendwas drauf, aber nö, gar nichts mehr, das war glaube ich der vorletzte Patch, das das ein bisschen kaputt gemacht hat, bei den Außenverteidigern, nur hinten bleiben, die haben keinen Abwehr überlaufen, nichts, aber sie gehen trotzdem auch mit nach vorne, mir kommt vor, wenn man nur hinten bleiben hat, ist es irgendwie, der Ball auf die Angriffsseite, da gehen sie eher mit und ich schicke sie auch oft manuell, das tue ich gern und deswegen haben bei mir beide hinten bleiben, nicht jetzt einer hinten bleiben, einer ausgeglichen, wenn ich will, dass wir nach hinten gehen, mit nach vorne geht, dann hole ich ihn manuell, dann schicke ich ihn und sonst soll die Viererkette hinten stehen, dass ich nicht allzu anfällig bin und dann gehen wir hier rauf, auf die Achter, die haben beide hinten bleiben, Mitte abdecken und sonst nix, ja, beide hinten bleiben und in der 4-4-2-Saison, die sind beide Box-to-Box-Spieler, die sind hinten, die sind vorne, also hinten bleiben, man muss hinten bleiben gehen, weil sonst ist man so offensiv und Mitte abdecken braucht man auch und wie gesagt, es sind richtige, es sind Box-to-Box-Spieler, da braucht man auch vielleicht mal einen Ersatzmann, den man so bringen kann, denn die arbeiten das ganze Spiel nach vor und zurück und da sollen sie auch, sind die Ballverteiler, sind die Ballgewinner, also die sind das Herzstück im 4-4-2, keine Frage, dann die Außenspieler haben defensive Verstärken abüberlaufen, defensive Verstärken, dass sie nach hinten kommen, abüberlaufen, dass sie wieder schnell nach vorne sind, die marschieren auch auf und ab die ganze Zeit und ich habe hier bei Chancen, aber Chancenerweiter, Erarbeitungen, okay, jetzt habe ich Chancenerarbeitung, nicht in die Mitte ziehen, auch nicht außen bleiben oder alle Freiheiten, nein, sie sind auf Standard und das ist gut so, denn sie suchen sich selbst aus, wie sie sich bewegen, sie gehen manchmal in die Mitte, sie bleiben manchmal außen, sie besetzen so die freien Räume und das ist, das ist key, das ist echt key, sie gehen meistens ein bisschen mehr nach innen, aber das ist auch gut, denn man hat so die Außenspieler immer als Anspielstation, man hat sie echt immer als Anspielstation und das ist sehr, sehr wichtig, das hat man jetzt auf beiden und boah, ich bin ein bisschen verkühlt, ich glaube, das merkt man jetzt schon, so lange haben, das, ja, aber na gut, wir haben nun mal die Stürmer, die haben Abwehr laufen, die haben sonst gar nichts, sie ziehen sich automatisch, zurück, denn es ist so, das Spiel ist so programmiert, zumindest kommt es mir so vor, dass die Abstände beim 4-4-2 immer gleich sein sollen in der Defensive zwischen Abwehr, Mittelfeld und Mittelfeld und Stürmer und deswegen die Stürmer auch ein bisschen mit zurück und wenn man den Ball hat, dann soll es abgehen, ist zwar ein bisschen mehr so konterlastig, aber man kann sich die Spiele immer manuell holen und dann hat man immer sehr, sehr gute Anspielstationen und ja, bevor man die Stimme jetzt komplett versagt, was ist das von diesem Video, ich wünsche euch was, haut rein und ciao, bis dann.